Hey Leute, ich möchte euch mal eine Minecraft-Walle zeigen und zwar hat die ein Kumpel von mir gebaut. Wir sind jetzt auf seinem Multiplayer-Server. Jo, dann gehen wir mal hin. Das Licht anmachen. Genau. Voll episch. Normalerweise sind die Fackeln da nicht, die haben wir jetzt nur für Youtube gemacht. Normalerweise kann man hier so einen Schalter machen und dann geht's so episches Licht an. Ja, krass. Licht. So, dann sieht man da oben links noch diese Wand. Dahinter sammeln sich die ganzen Monsters, können wir nachher mal zeigen, wie die ganzen Monster spawnen. Okay. Gucken. Machen wir's mal auf. Ja, das sind die Pistons. Okay, und die sammeln sich da jetzt, ne? Ich hab's ja schon einmal gesehen. War das einfach so geil. Sind doch recht wenig eigentlich. Naja. Können wir noch ein bisschen warten. Ja, da kommt ein Creeper. Wie groß ist denn die Spawning-Etage da? Hier ist eine groß. Also äh, quasi oben, das ist ca. 70 x 30 so. Naja, okay. Aber es ist halt nur eine Etage. Also das ist ja schon ziemlich groß, ne? Na, es waren auch mal zwei, weil der hier verbunden war. So. Na, hier kommen jetzt mal ein paar Creeper. Ja. So, der noch. Wollen wir los machen denn? Wollen wir denn noch ein bisschen warten und noch mehr sammeln? Er kann ja mal den Sinn von dieser Tür da oben erklären. Welcher Tür? Nämlich. Wie? Die kommen dann später noch in einen anderen Raum rein. Seht ihr denn noch? Und es ist doof, wenn da noch Viecher hinterherkamen. Weil davor war da rechts, waren da Türen. Und wenn da ein Creeper zu nah dran waren, du da Eintritt kriegst, dann sind die da erstmal alles hochgejagt. Und darum haben wir jetzt die Pistons, ne? Ja. Die eigentlich die Tür um links weglassen können, aber die sieht geil aus. Ja. Egal. Ja, das ist einfach Hardstyle. Ja. So, kommen da jetzt überhaupt noch welche? So, im F3 kommt nix. So, legen wir los, oder? Ja, okay. Okay, sich mal ab, mach mal rumzu. Nehmen wir hier unten in den Raum. Jo, ich folge dir. Nein, nee, kannst du mal da oben bleiben, kurz? Ja. So. Sieht man dann besser, oder wie? Ja, sieht man, da kommt jetzt Wasser. Ah, da kommt jetzt Wasser. Ja. Bei dem Update muss ich das dann noch mit TNT machen, deswegen ist es ganz obsidian noch da. Oh, die Spinnen wollen jetzt hier wegpacken? Ja, nee, die wollen sie hier hoch. Ich schaff's aber nicht. Lass mal herkommen? Ja, klar. Ich glaub, man sieht schon, was hier passiert. Hehehehe. Oh, no, nice. Ich denke, die Falle durften reichen. Schauen wir mal zu. Oh, nur noch eine los. Ja, jetzt geht's los, das Gemäste. Oh, komm. Scheiß Creeper, Mann. Ja, ey. Sich da ja durch. Hehehehe. Kann man's ausschalten? Ach, da. Ja, jetzt können wir hier reinlarschen. Oh, ich sag einfach nur epic. Die ganzen Feiler? Ja, die kann man auch noch einsammeln. Durch hier Update kommt man vorher nicht, aber von den Dispenser abgeschossene Feiler kann man hier einsammeln. Das ist geil. So, muss mal gucken, wie viele Items waren das jetzt hier? Äh, jetzt hab ich jetzt noch so viel anderen Stuff hier, aber ein paar Federn. Ja, da waren jetzt nicht allzu viele Viecher. Normalerweise sind es ja echt mehr. Ich verstehe auch gar nicht, warum nicht so viele da waren. Ja, keine Ahnung. Wir können ja mal in die Spawning-Etagen gucken. Das Problem ist halt echt mit den Pfeilen. Okay, jetzt zeigst du mal, was hinter den Dispensern ist? Hinter den Dispensern? Das sah nämlich auch ziemlich krass aus damals. Ja. Dann kommst du hier. No. So. Ja, die ganzen Redstone-Schaltkreise und so. Also das Monster-Ding ist eigentlich für die Lampen, die so nacheinander angehen sollen. Was wir auch tun. Äh, das mit den Dispensern ist ja eher das kleine hier so drin. Achso, dieses. Der innere Kreis so. Ja. Oh, unser Telefon klingelt. Warte mal kurz, ich muss mal. So, war weggedrückt. Boah, eiskalt. Ja. Das ist hier oben die Uhr für die ganzen Dispensern. Oh, das müssen wir irgendwie wieder hochfinden. Ich bin hier gerade runtergefallen. Bist du? Ja. So, ähm. Und dann ist hier oben quasi eine Uhr. So eine Redstone-Schaltkreise oder so. Hier an der Seite, guck mal drauf. So. Ja, und da hab ich selber mit dem Endgate gemacht, so. Und das heißt, wenn man bei mir in der Schalt... Das heißt, wenn man bei mir in der Schalt... Das heißt, wenn man bei mir in der Schalt... Ja, mal gucken. Weiß ich nicht. Ja, genau. Endgate ist einfach nur und. Das heißt, wenn beide Schaltungen an sind, dann kommt hier ein Signal durch. So, na das hier immer so ja so an und aus geht. Und der andere Schalt, der bisher noch aus ist, aber wenn ich ihn an mache, dann geht der, macht dieses Undgate halt immer dann an, wenn die Uhr auch an ist. Wenn die ganzen hier... das Fernse ausgelöst sind. Ja, das hat man dann irgendwann in Informatik soweit, ne? Ja. Unkurs. So, gehen wir mal ins Spawningetage? Kann man machen. Auf jeden Fall. Lass mich hier irgendwie durchfinden. Ja, das ist doof gemacht. Wollen wir vielleicht Monster davor irgendwie ausschalten? Ich weiß nicht. Wie, Monster davor ausschalten? Bevor wir in die Spawningetage gehen. Ja, stimmt schon, du bist da drin. Ja, okay, mach mal schnell. Mal kurz den Server. Mal kurz den Server aus. Jo. Okay, wir gehen jetzt hoch zur... Zum Spawning-Braum. Das mit den Fackeln hätte ich auch noch netter machen können hier. Was? Mit den Fackeln hätte ich auch noch netter machen können hier in der Serie. Jo. So. Ja, hier lang. Hier war ich noch nie. Seid ich nicht? Ne. Ja, das ist ein großer Raum so. Wenn ich noch einen Singleplayer gemacht habe. Ach, du hast einen Singleplayer gemacht und dann einen Multiplayer hast du gesehen? Ja, war ja wegen Richard mal. Der meinte mal, ja cool, ich helfe dir. Guck mal, hier ist noch ein Stein über, der an dem nicht sein sollte. Äh... Ja, und seitdem machte es auch hier mit Julian zum Beispiel an. Jo. Äh, da ist schon ordentlich der Raum. Jo. Ja, wie gesagt, da haben wir zwei. Aber... Genau. Jetzt hier, wo ich stehe, eine Wand dazwischen. Da hab ich mir gedacht, da verbindet doch ein. Achso. Ja, aber hier spawnen eigentlich also... Ich finde, es sind halt relativ viele Flüsse da. Da fallen die auch schon schnell rein, die Monster. Ja. Ja. Achso, da haben wir ein bisschen anknacken, die spinnen. Die kommen ja überall raus. Aber das ist ja auch eine Seide, brauchen wir nicht. Stimmt schon. Das neuen Seide kann man, glaub, Wolle machen, aber ansonsten braucht man das ja nicht. Ja. Fick scharf. Man kann ja jetzt auch Schafe töten, die Trocken Wolle. Ja, ein Wolle. Das ist mal Schere. Das ist so geil. Wieso sind die Treppen? Egal. Ja. Ja, ist schon geil, der Raum. Ähm, wenn die alle zusammengeflutet. Siehst du, was man machen könnte? Geh du mal rein? In irgendeinen Fluss und lass dich einfach mal treiben. Ich geh mal da in einen Kontrollraum da. Okay. Okay, mach ich mal. Ich bin mal gespannt, wo man dann als Monster sozusagen ankommt. Hm. Okay, von der Umkung auch noch Monster, aber hier ist so ein Hauptkanal. Ja. Hab ich so gemacht, das war so, äh, ein Raum, ein Hauptkanal, und da gehen die ganzen Flüsse halt hin. Okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt da. Ja, ich sehe deinen Namen, weißt, wo du bist. Okay, ich sehe es. Ah, ich sehe deinen Namen. Ja, jetzt bist du da an der Wand. Ah, halliallo. Hallo. Hör, mach mal an. Okay, okay. Hm. Oh. Ich stelle mich dir auf Flut. So. Oh, das ist schon da, bis da. Ich verstecke mich mal hier, ne? Das war das Problem, weil ich hatte hier vorne eine Nische und dann ist die ganzen verdammten Monster versteckt. Und da konnte nur, das ist ja das Panzer hier unten rechts, nur der konnte die killen. Die sind ja recht random, so wie die Pfeile fliegen. Ach so, ja. Ja. Und dann haben die nicht immer getroffen. Es hat immer Ewigkeiten gedauert, bis sie da gestorben sind. So, hier noch ein ganzes Glas. Und wo war jetzt die Nische? Äh, hier. Ach so, an der Tür. Ja. Hm. Wie viele Pfeile sind da eigentlich noch drin? Ach ordentlich. Ja. Ja, okay, das. Wollen wir nochmal irgendwie versuchen, dass das Tag draußen ist und die nochmal anmachen? Warte mal machen. Da ist das Problem gerade, dass Tag draußen war, deswegen sind die nicht so viele gespawnt. Normalerweise drängen die sich da echt rein, so. Okay, dann würde ich sagen, ich mach die Aufnahmen jetzt nochmal aus, bislang. Jo. Jo, wir haben jetzt nochmal Tag eingestellt. Und, äh, ja, lassen einfach mal reinziehen, wie viele Mons da jetzt rauskommen. Und da. Ja, ist doch schon viel nicer. Jo, wir haben noch keine einzige Spinne. Oh, doch, da ja. Ah da. Wollen wir was ja jetzt schonmal anmachen? Ja, warte, da kommt nochmal. Der Creeper-Skelett macht noch. Dann machen Spinne. Die Spinne kann draußen bleiben. Was ist schonmal viel mehr? Warte, ich mach was ja an? so macht man was man also aber und 9 das sind doch ein bisschen weg diese das er oder in den Düsseldien nach oben okay auf geht's ab geht's Was so geil war, gleich noch mal Und jetzt haben wir ihn auch Beim Schloss nicht zu wehren, zu flinken jetzt Einsam und allein Okay, dann würde ich mal sagen, rocken wir die Bude Ja, sowas wollen Boah, guck ich mich voll traurig an Kannst du, ne? Ich habe ja gar keinen Texture-Effekt drin, das ist nur Das ist original Ich habe jetzt auch als original Ah nein, ich meine, hey, Zombies Haben anderen, die man sich versteckt So, äh, das ist gelettet Ja, das ist gelettet Okay, ist das? Ja, okay Ja, ist auf jeden Fall wieder eine ordentliche Menge Stuff Oh, jetzt lagts grad Uiuiui Also was wird jeder? So, mal gucken, jetzt haben wir hier Neuen Sprengpulver Und, ja, sieht ganz nett aus Aber, ist am geilsten, ist einfach wie die Monsterfalle so funktioniert Find ich, es hat richtig sie Ja, was wir noch machen wollten, dass sie Von der Decke Wenn du mal was gebaut hast Und Creeper hatte immer wieder gekillt Und Zombie und Skelette oder sonst irgendwas Soll ich mal an der Decke mal Lava runterkommen Und dann werden die alle verbrannt Du hast einfach gar nicht mehr Bock Du hast einfach gar nicht mehr Bock Du hast einfach nur auf die Vernichtung Ja Hat's Ziel Okay, ich würd sagen, das war's dann vom Video Jo Einfach mal die Comments abgeben Und sagen so, wie euch das ganze gefällt Was ihr so drüber denkt Ich find's krass Jo, okay, dann sag ich mal einfach mal Tschüss Bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal